Am Sonntag ist Nationalfeiertag, also unser Nationalfeiertag. Wie immer ist da Tag der offenen Tür bei unserem lieben Bundespräsidenten Heinz Fischer. Quack! Fischer? Soll ich mir ein Selfie vom Bundespräsidenten, wenn ich schon da bin? Wer klopft denn da draußen an? Da bin ich gespannt. Grüß Gott, ich bin nicht so. Ich bin der Heinz Fischer. Darf ich reinkommen? Na sicher. Hallo, Fischer 1,2. Boah, da ist so groß da. Ich hätte eine Bitte. Super, oder? Ich hab sehr viel Zeit. Wir können uns alles anschauen. Da ist eine versteckte Tür wie beim Harry Potter. Ich wollt nur fragen ... Ja, nix da. Hinein da. So. Ich wollt nämlich fragen, ob Sie vielleicht kurz Zeit ... Das ist eine gute Frage. Ich hab sehr viel Zeit. Den ganzen Tag sitz ich da in der Hofburg und hab wenig zu tun. Und da sucht man sich die Arbeit. Zum Beispiel ist es so, ich schau mir an die Bundesverfassung. Jede Seite, jeden Tag. Und wenn ich da einen Fehler finde, sag ich, da ist ein Fehler drinnen. Da muss man ja den Fehler korrigieren. Und dann reiß ich die Seite hinaus und schreib sie neu. Das mach ich den ganzen Tag. Und zum Beispiel kann auch meine Assistentin, die Astrid, die steht dort. Ich kann dir noch sehr viel zeigen da herinnen. Da geht hin zu Astrid. Ja, grüß dich. Du interessierst dich für die Hofburg-KW gehört. Ich kann das Stück für Stück zeigen. Kommst einmal mit mit dir. Also, da haben wir zum Beispiel die Stukaturdecken. Das ist eine ganz besonders schöne Handwerkskunst, was seit Jahrhunderten schon betrieben worden ist bei uns im Land. Und dann haben wir natürlich auch eine Ölbüder. Das zum Beispiel ist die Großkusine da auf dem Büdel. Das ist dann die zweitgradige Cousine. Ja, das hat jetzt länger gedauert. So vier Stunden mit Astrid. Jetzt sind wir hungrig. Da gibt es einen Apfelstrudel für uns beide. Schau mal, Apfelstrudel. Weißt du, wie man einen Apfelstrudel macht? Also man kann zum Beispiel den Blätterteig fix fertig kaufen. Da hat man wenig gearbeitet. Für die Frauen, die um elf Uhr Fernsehen wollen, ist es besser. Oder man macht ihn selbst. Man walzt ihn aus mit einem Nudelwalk. Da kann man in der Hofburg bis zu hundert Meter Blätterteig auswalzen. Es ist super, großer Apfelstrudel wird das. Ich wollt noch fragen, darf ich vielleicht noch ein Selfie machen mit Ihnen? Sicher. Okay, danke. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, nächstes Mal lassen Sie mich bitte ausreden, wenn ich einfach nur vorbeikommen will, ein Selfie machen. Schreiben Sie mir bitte eine Entschuldigung für die sieben Stunden Fehlzeit in der Schule. Vielen Dank. Die Österreicher kommen übers Oho, bitte. Masek. Masek. Vielen Dank. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.